Moin Oh, ist aber diesig heute Haben sie aber auch angesagt So, wer macht was weiter? Ich bin beim Huhn noch Mach du Hühnerfleisch und ich geh um mich erst mal im Garage und Bauvorbereitung Müssen wir mal gucken, ob ich das überhaupt so hinkriege, wie ich mir das vorstelle Wenn der Motor startet, klingt das keiler, wenn das Ding dann fährt, klingt das so blö Soll ich mal einen Kücken zum Schweine tun und mal gucken, was das Kücken wird Ja, das wird groß Es wird kein Schwein Aber so Mowgli mäßig, weißt du Nein So sehr du das hoffen solltest, meinst du Nein Oh, ich hasse das Aber ist schön Diese Eier zu prüfen Gibt nichts nerviger aus hier in diesem Spiel Ich bring dir mal dein Auto vorbei Warum freuen die sich? Habe ich mich auch gerade überlegt Weil genau in dem Augenblick ist der Anhänger gekippt Da schrecken sich selbst die Zuhörer Nicht der Schnatter der Kamps geben muss Langweilig Sagt Freedstar Vielen lieben Dank für deinen Raid Äh für deinen Host, Entschuldigung Nein Vor allem kommt rein, hostet dich und sagt auch was ist langweilig Ist auch interessant Jaja Du bist nur auf dem falschen Kanal Du bist nur auf dem falschen Kanal, deswegen ist es so langweilig Meine Eier sind leer Soll ich es aufpusten? Ne So jetzt nicht Also Wenn jemand will Wenn jemand will Computer sagt nein Nieses gequatscht im Hintergrund Jaja Was ist das? Ich find's gut Ich find das passt so richtig auf den Bauernhof Sowieso Och leck mich am Ärmel man Jetzt nicht mal zu Och man Das brauchen wir uns aber auf der Waschmaschine einmal gell Weißt du Ich hab noch nicht mal Ärmel Ich hab noch So Feierabend Nix gekriegt Klasse Wie Feierabend nix gekriegt? Ja von den Armen War jetzt nicht so das dabei was ich mir erhofft hab Ich versteh immer zu du arme arme Jaja Ich bin da schon Ne ganz ganz arme Sau Apropos arme Sau Wer von euch ist denn eigentlich die nächste arme Sau? Ich dachte jetzt gerade, ey was meint er denn? Ach ja Da war ja was So Lauf mal hier ein bisschen rum Tu mal so als hättest du noch ein bisschen Lebenszeit die dir verblendern musst Ich hab das Schwein schon mal isoliert damit ich gleich weiß was passiert Und jetzt komm ich mich um die Kacke der anderen Ihr kackt überall hin, ey Haben dir doch bekannt vor, schau dir meine Zimmer an Meins oder deins? Ich hab ne Wohnung, du hast n Zimmer Also wen meine ich wohl, wenn ich von deinem Zimmer spreche? Naja, hätte sein können, dass ich bei dir auch n Zimmer hab Nein Das nennt sich Kerker Mhm Gut fällt mir Gut fällt mir Dachte ich mir Äh, hier ist ne Sau tot Welche? Die hinten in der Ecke lag? Jaja Dachte ich mir, dass die da Die kommen nicht mehr zum Futter und zum Trinken, Mann Die steht genau daneben zu speichern Ja, aber die kommen da nicht ran, weil sie sich nicht mehr bewegen konnte Die hat sich da verpackt Kannst du mir ein Dings mitbringen? Äh, steht das nicht bei dir vor der Tür alles? Wir sind nicht Ich weiß nicht Wo sind die ganzen Kästen drauf? Weiß ich Die müssten noch bei dir sein Wenn die nicht sogar im Fleischer Dings drin liegen Ein paar Kästen Achja Hä Sind die schon voll? Ich war gerade schon sagen Müssten eigentlich alle leer sein Soweit Maximal dein Rind vielleicht muss man auch drinnen sein Hallo Hallo Schweine Ich will Euch an Ich will an meine Hallo, haut doch mal ab Ich will euch an den Namen schaul Ab Wie bitte, Matze? Ich will an euren Freund holten Vielleicht wollen die das aber nicht Hast du daran mal gedacht? Nö Ist mir auch egal was andere denken und halten und wollen und tun Solang es nicht gegen meine Ideologie ist, passt das Ideologie? Ne Oh mein Gott Boah, jetzt falsch Ihr wisst was ich meine Hoffe ich So So, das musste kurz sein, Leute Ihr habt es gesehen Es hat sich unserem Grundstück genähert Wollten wir wieder überfallen? Von der Rehkitz Bande Und ich habe den Späher gesehen und habe mich erstmal darum gekümmert Weggesniped saaste Ne Ja, so zu sagen, war eine große Entfernung Das hat sich aber auch nicht bewegt Was wahrscheinlich erst sehr spät mitbekommen Und bevor er erziehen konnte, hatte er schon eine Kugel zwischen seinen Augen Wahrscheinlich so in der Hüfte, ja Oh Ja, warum nicht? Mal was anderes, ne? Ja Jetzt ist die Frage, müssen wir das andere Schwein auch töten? Ne, wenn es ein großes Schwein ist, ne Ne, musst du jetzt entscheiden Du kannst doch beide machen Das muss mir jetzt auch forschen Wir haben viele kleiner Also die kommen nach Hallo, lass mich doch mal durch, man Ne So, haben wir die, 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 haben wir die Ich glaube ich mir noch den macht den voll Ich meine, ich kann die jetzt beide mal hier um die Ecke bringen Sonst lässt du den anderen auch noch mit Wenn es ein großer, wie gesagt, wenn es ein großer ist, dann kannst du ruhig machen, weil die großen müssen wir sowieso machen Das war ja bloß ein Angebot mit einmal am Tag ein Schwein, da kriegen wir ordentlich Geld raus nach und nach Ich weiß noch nicht, ob von der Höhe der LKW hier reinpasst oder ob der LKW da eine höhere Fläche braucht Läuft, läuft, ach liegt auch noch Schweinfleisch Soll die Garage halt nicht so groß machen Von der Höhe her Aber für jedes Fahrzeug eine Bucht, da haben wir 1, 2, 3, 4 Wie viel haben wir aktuell? 1, 2, 3, 4, 5, also machen wir auf 6 erweitern Und erweitern kann man dann später immer noch Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt, warte mal, wie viel habe ich jetzt? 12, 24 26 Fleisch 26 kriegst du aus aus einem großen Schwein raus Wenn es wirklich erwachsen ist Kann gut sein Soll ich den anderen vielleicht auch noch töten? Ich meine, es bringt ja nichts Naja Ich meine, wir können es schon machen Wenn es auch ein großes ist Kannst es theoretisch machen, musst du nicht Du kannst es auch da einfach im Gehege lassen und machen wir morgen Verhungert jetzt zu den Tag halt Das ist halt ein bisschen zeitaufwendig Die Wurst abhängen und neue Ja Vielleicht kommt da noch so eine automatische Anlage irgendwann Das wäre schon geil, ja Hatten wir das nicht in Minecraft auch vorgab, dass ich das automatisch vollladen soll? Beim Lagersystem hat man das Boot aus der Mine hochfahren, sollte sich automatisch entleeren und wieder runterfahren sollte Was für eine Überraschung ging nicht Doch das ging schon Ja, aber wir werden das reinlegen müssen Und das war uns dann zu auffindig Nö, ich habe es dann schon hinbekommen Wie hat es denn das? Ja, du konntest unten das deine Sachen reinschmeißen Und der ist hochgefahren, hat sich entladen Aber wenn er oben leer war, musste es wenigstens wieder runter schützen Und das ging Das war vorbereitet Achso, okay Haben wir nur nie genutzt Ja, warum auch Oh, ähm Hoch Was ist denn? Was haben wir denn wieder angestellt, Mats? Ne, ich habe gerade die restlichen Kisten gefunden Und wo waren sie? Auf meinem Pick-up Lied ich die extra vor die Türgestaltung, ja? Ja Aber das trifft sich, da kann ich da gleich die Wurst reinlegen Und kann die neu anschmeißen Und wie soll denn denn ist das jetzt erklären? Äh, dass du frei bist für ihn? Dennis? Es wäre ja so krustig gewesen, wenn wir am Disco drängen Nein! Und wieder raus Könnte ich aber nachvollziehen Brauche ich einen neuen besten Freund Hey Thaddeus! Und dann habe ich ihn meine rein Achso, das Problem wird wahrscheinlich das Dach wieder werden Das könnte dein Problem haben Wenn du die Garage baust Mhm Hm, glaube ich auch Na mal gucken Genau, hier habe ich schon Probleme Die zwei in der Mitte werden nicht so funktionieren Das heißt Du kannst wahrscheinlich Oder wir lassen nochmal einen frei Einen Garagenblock, einer frei Einen Garagenblock, einer frei Ist ja vielleicht was sinnvoller Wenn die Sau direkt vor der Tür steht, kommt es halt nicht mehr raus, gell? Ja Jep Die Sau Ach, steht hier vor der Tür Ich habe jetzt was mit der Tür vor der Fresse zugehauen und jetzt geht sie weg So, wir machen das mal so Dann mache ich das hier hinten nochmal weg Sechse wollten wir haben, ne? So, das war's mit dir Du da, du da Ja, was ist denn los? Ja, zwei, drei Vier Dann ist das fünf Und das ist sechs Okay, da wird es ein bisschen größer als geplant Hä, das ist aber Ja, Harry So ist das nochmal Liebe Das war auch geil der Tag Liebe Harry, Liebe Schön ist eigentlich den gesamten Tag, dass du dann nicht wusstest, wo es ums ging Ja, erstmal nicht, weil ich halt mich mit Coldmaro nichts auskenne Ja Ich habe das dann nochmal nachgeguckt Ich weiß nicht, ab wann das da los ging, dass wir dann mit dem Liebe angefangen haben Keine Ahnung Ich weiß nicht, wo irgendwann passiert es Irgendwann geschah es Liebe Endlich sieht das auch aus, wie ein Ranch Mit so einem ordentlichen Fahrzeug vor der Tür Also wir kommen in America America Ja, der Größenwahn reist nicht ab wie in Amerika, typisch Genau Ist das ein sparsamer Pickup? Nein Natürlich Da steht FCKU Kreta Habe ich das Aufkleber hinten dran? Also ich dachte, du hast das ein bisschen Ne, hier steht bei uns, bei mir und der Straße zwei Zwei Straßen weiter steht da wirklich so ein Pickup, da hat diesen Aufkleber drauf Bei mir an der Straße hast du zwei Straßen weiter Ja, schön Hollis, ich freue mich, dass es dir auch so geht, dass du so'n Scheiß erzählst, nicht? Das ist ja kein Scheiß Nein, dass dieses Oh, ist es bin Vielleicht war es auch einfach so geholt Genau Kann auch Ey, das Schwein, das muss ich fühlen wie eine Autosiszelle So weit es irgendwann passiert, so weit es halt nur nicht wann Dann, wenn es nicht damit rechnet Jetzt Was? Arsch Siehst du die Schweißbarn auf dem Schwein? Erle Pätsch Erle Pätsch Kommst du so'n Fähnchen raus Boah, das ist mies Also ich habe ja nichts gegen Folter Also Nichts effektives meinst du So, da gucken wir nochmal Danke Hey Moskau Moskau Wirf die Gläser an die Wand Moskau ist ein schönes Land Moskau Moskau Fuck Ja, bei mir ist jetzt Moskau Ja, ich würde sich so noch voll Selbstsicher mit Ja, ich dachte auch gerade Moskau ist noch gar kein Könnt ihr den texten, ist die doof Geografie 6 Merkste gleich wieder, Chantal Merkste gleich Huch Huch Ich habe ja gerade Oh mein Gott, äh Popo Wir sind ne Wurstdurchdurchdegingeschmissen Äh, ne Torddurchdurchdegingeschmissen Du hast ne Wurstdurchdegingeschmissen Ok Mach's, ich weiß Bescheid So. Ach ja. Nee, nee. Was hast du? Ach Junge, du sollst doch nicht so weit wegreißen. Wie viel hast du denn jetzt weggerissen, Junge? Ich? Nee, ich. Wenn du was wegreißt, also dann ist Brollen offen. Weil ich das mit vollem Herzblut gebaut habe. Also wenn es ihnen wegreißt, dann du. Richtig. Ja, dachte ich mir schon fast. Wenn nicht ich wäre dann. Wenn nicht hier. Sag mir was, wo und wann. Wenn nicht jetzt. Äh, wenn nicht wir. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wenn raus. Wer sonst? Ich habe letztens ja wieder ein paar Lieder gehört, die habe ich vergessen. Die waren aber so geil. Du hast die vergessen. Ja, aber, weißt du. Von, äh. Rasmus? Rasm? Irgendwie? Keine Ahnung. Aber in the shadows zum Beispiel. So ein geiles Lied. Mhm. Oder, äh. Von 2006 das WM Lied. Kennst du das noch mit diesen Löwen? Ja, 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 ja. Weißt du, wie ich meine? Äh. We will know the nation. Oder wie das ging. Keine Ahnung. Ja, ja. Of course I know what you mean. Äh. Es ist auch mega krass, wenn du überlegst. Wir sind jetzt schon seit sechs Jahren nicht mehr, äh, waren wir das letzte Mal Weltmeister. Oh. Entschuldigung, sieben. Oh. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der Reiz am Fußball ist. Irgendwie lässt mich das auch komplett kalt. Der tue doch Fußball scheue ich schon. Also das ist das jetzt nicht. Ja, wie gesagt, irgendwie ist das der Reiz. Ich weiß nicht warum. Ist schwer zu beschreiben. Sicher auch nicht reizen. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich gehe mal von vermutlich nicht aus. Immer dran denken, Kinder. Lieber zwei Damen im Arm, als zwei Arme im Daumen. Mhm. Lieber After Eight als Eight am After, ne? Ja, gut. Lieber Arm dran, als Arm ab. Und wir haben das Niveau für mich erreicht. So könnte man das sagen. Dezent. So zwei Witze und so sind okay innerhalb von fünf Minuten. Wenn es dann ausordnet, weißt du, jetzt hast du es erreicht. Jetzt bist du fertig. Lieber After Eight als Aids am After. Das kanntest du wohl noch nicht? Nein. Ich esse auch kein After Eight. Schon. Mega lecker. Hä? Das ist die größte Farche der Menschheit. Käse ist lecker. Lecker Schokolade. Geile Zahnpasta. Nein. Das ist übelst lecker also. Junge. Ja. Ich hoffe, du verarschst mich grad. Nein. Ich bin wirklich lecker. Ich esse gerne auf da jetzt. Mal also jetzt nicht dauerhaft, aber mal. Gerne. So. Ich war bei euch beim Kacke sauber machen noch nicht fertig. Sieht man. Ich habe jetzt erst die Wurst angefasst, bevor ich die Kacke weg mache. Morgen mache ich es andersrum für die spezielle Würze. So. Wie baue ich hier das Dach? Das Dach ist echt ein Problem, Matze. Wenn ich jetzt so mache. Alter. Unsere Schweinezucht läuft. Das sollen sie auch. Wohin denn? Alter. Okay. Ich glaube, die eine Sau wird dann sterben, weil sie nichts zu fressen kriegt. Also ich habe ein Problem mit unserer Garage erstmal. Dass ich da die Einfahrt nicht gut hinkriege. Weil ich das Dach nicht drauf kriege. So. So. Hm. Wäre halt cool, wenn ich dieses Scheunendach nicht bauen könnte. Dieses Scheunensystem. Und das Scheunen, diese Scheune, diese Fertigscheune. Die ist ja groß genug, dass ihr mit den Autos reinfahren könnt. Wäre theoretisch auch eine Idee. Hm. Einfach diese riesen Scheune hinzimmern. Die so lange bauen. Das ist Garage. Ich kriege aber die Dächer über die Einfahrt nicht hin. Und das ist das Problem. Ansonsten sieht die gar nicht so schlecht aus. Ich würde mal die Salami fortschaffen, oder? Kannst du gerne machen. Nimmst dir das Wildfleisch noch mit? Kannst du auch auf dem Trailer lassen. Nimmst du mit dem Trailer mit? Kann ich auch, ja. Du brauchst nicht alles umschlungen. Du brauchst nicht aus. Ja komm. Achso, du hast Salz. Ja, ich habe schon mal umgeladen. Hier standen ein paar Bäume im Weg. Da musste ich wie groß sein. Ja, es ist schon schlecht, dass wir damit dann auch Holz holen können eigentlich. Oh ja. Beziehungsweise wir haben jetzt ja auch Geld. Theoretisch können wir auch sagen, wir gehen's kaufen. Nein. Ne, wir brauchen aber dann... Es wächst ja noch nicht wirklich nach. Ja, aber da können wir doch erstmal unsere Ranch, die ganzen kleine Bäume... Ja, da kommt ja nicht viel hin. Ja, das kannst du ja so nebenbei, wenn du sowieso was bauen willst. So systematisch aus... Oh! Aus diesem Abgang. Ihhh. Stopp. Was mir auch schon ständig passiert. Wenn ich hier nochmal so eine Scholtz-Treppe rein baue, krieg ich nochmal eine Treppe hin. Ah ne, das geht ja nicht. Das muss ja ne Schräge sein. Und wir biegen rechts ab. Und wir fahren ins McDrive. wenn ich habe mir das ist ein bisschen komplizierter hier reinzukommen oder würde ich mir das ein von der breite her ja aber geht ja nicht ganz gut ja es ist nicht so kompliziert gewesen ich bin jetzt einmal angedockt so wenn ich jetzt mal so machen dann mache ich die taxis im angebot was gibt es heute rinder frikadee 1400 muster super wir müssten mal beim tier nachfüllen ja verkauft kann es noch ich sehe interessant dass ich den großen trailer schneller reingekriegt habe in die werkstatt als den line trailer wahrscheinlich weil der große trailer sich ein bisschen leicht lenken lässt dadurch die großen jeeps nicht so schnell sind und demzufolge auch wir bauen sowieso einen werkstattbereich wo wir so reinfahren können das holz abladen können und dann entsprechend weiter okay pass auf ich schmeiße ich die kohle runter jungs wir können auch abladen nachdem alles abgeladen wurde wenn ihr nicht wisst worum das geht schaut unseren stream die folge nach kohle 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 bei mir auf dem kanal rolle alles gut ja warum ich habe ja wo gemacht musst du nicht stolz auf mich sein nein nein ich meine mit dem schweller hier ja ja und was machst du denn der bebt karten das steht auf der fang du bist weil du jetzt in der zugmaschine sitzt du bebst komm lass schlafen gehen komm morgen weiter hast du deinen motor gestartet bist wieder ausgestiegen hast ja angelassen in sprit kann ich habe doch ihren motor laufen hätte jeder motor geht aus wenn du schläfst hätte ich jetzt auch gesagt